Musik 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 Allerbester Kaffee, nordafrikanische Kaffee, ist die beste Kaffee von ganzer Welt. Oh nein, es ist köstlicher als jedes Prozent. Und außerdem bleibt ja die Lebensleistung. Oh nein, Sie wissen, dass Ihr Herr Vater das gar nicht wünscht. Wir sind ermattet, Bräulein Rottemeyer, in den Einkäufen. Wir sind in der Rekreation. Könnten Sie es endlich am Einkäufe für uns verlieben? Wir nehmen hier auf der Wand mittlerweile Platz. Nun wohl, das sei gestattet. Musik 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 Ich vergaß meine Noten, ich leid war Musikus, die Dolphus, und sie mir selten fürs Dorfen besorgen. Oh, aber gerne, das ist der eigene Gebote. Ja, das ist eigene Gebote. Zumal der Morgen das Hauskonzert schreibt, wenn wir noch mal rein sehen. Musik 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 Ein Café, bitte. Wann Zimmermann hat leider alle Plätze besetzt. Doch auf der anderen Seite des Marktplatzes befindet sich das Kaffee auf der weißen Rote. Dort können Sie nun angenehm 20 Minuten die Pause überbringen. Alle Samste! 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 Amen. Ich habe nun die Ehre, eine enge Freundin des Hauptes vor ein Joanna Klauffolk einzuladen, eine Arie vorzutragen. Und sie wird selbstverständlich wiederum eine Arie unseres hochberühmten, reiziger Meisters und Liebstenkantors, Johann Sebastian Händel. Johann Sebastian Händel. Georg Friedrich Bach. Ach, sei's drum, kommt mit in der Musik alles Gute letztlich von Bach. Also. Ach, sei's drum, kommt mit in der Musik alles Gute. Ach, sei's drum, kommt mit in der Musik alles Gute. Und jetzt singe ich. Du Dänzchen? Ja. Und jetzt singe ich den Kaffee weg. Ach, Vater, sei noch nicht so scharf. Wenn ich nicht des Tags dreimal mein Schädchen Kaffee trinken darf, so wird ich zu meiner Qual wie ein verdorptes Ziegenbrädchen. Ach, Mädchen, die von hartem Sinne sind nicht leichter zu gewinnen. Ja. Doch. 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 Schwierig. auch niemals einen Mann zu leben. Einen Mann? Wie schlimm, dass es nicht geschieht. Bis ich den Kaffee lassen kann. Exakt so. Zu Widerleben. Ich trinke keine Nicht-Fahrer, das verspreche ich. Nun, so sollst du endlich eine Kriege. Oh, Papa! Ich hab' nachgemacht. Wir wollten doch die Kontonors fahren. Äh, ja. Ich hab' nachgemacht. Also, damit möchte ich für das Publikum völlig bekannt geben, dass ich einen Mann für mein wackeles Töchter für Gießchen suche. Ich gebe mich gleich auf die Bibel. Ich hab' nachgemacht. Ich hab' nachgemacht. Heute Nacht, heute Nacht, wie die Glocke und der Stoff. Ach, ja, auch ein Nacht, war ich, wie die so schöne Nacht. Heute Nacht, heute Nacht, wie die Glocke und der Stoff. Ach, ja, auch ein Nacht, wo alle stehen, so stehen wir an. Heute Nacht, heute Nacht, wie die Glocke und der Stoff. Und ich streue heimlich aus, das habe ich mir selbst versprochen, dass mir keiner kommt ins Haus, der mich stört beim Kaffee kochen. Die Glocke und der Stoff. 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 Die Glocke und der Stoff.